Dieses Video richtet sich exklusiv an Realschüler, die jetzt aufs Gymnasium kommen. Alle anderen können natürlich auch zuschauen, aber gerade für euch, weil ihr das Video sehr, sehr oft angefragt habt, kommt es jetzt endlich mal nach locker 8 oder 9 Monaten. Willkommen zurück Abiturathleten, hier ist Leo, dein Abiturcoach und unser gemeinsames Ziel ist dein Traumabiturschnitt. Und viele von euch waren ursprünglich mal auf der Realschule und dachten sich, hm, ich will meinen Traumabiturschnitt schaffen und dafür brauche ich ein Abi und dementsprechend seid ihr aufs Gymnasium geweckt. Und ich habe jetzt diese Nachfrage zu diesem Video, glaube ich, schon, also mindestens seit 8 Monaten, wahrscheinlich eher seit immer, seit immer ich jetzt Abiturcoach bin, glaube ich, kam diese Videoanfrage. Und ich habe sie immer aufgeschoben aus einem relativ pragmatischen Grund, und zwar, dass ich nicht auf der Realschule war. Das heißt, ich bin diesen Weg, den ihr da gerade geht, nicht gegangen. Und dann dachte ich mir mal, naja, komm, was soll ich denn da sagen? Weil, ähm, ich kenne ja den Unterschied zwischen Realschule und Abitur nicht so gut. Ähm, das stimmt auf der einen Seite. Auf der anderen Seite kann ich euch natürlich, ähm, sehr gut trotzdem darauf hinweisen, was sich vielleicht auch in der Oberstufe einfach grundsätzlich ändert, sei es zur Realschule, sei es zur Mittelstufe. Ähm, und einfach auch euch ein gutes Gefühl davon geben, was es einfach bedeutet, in der Oberstufe zu sein. Ich meine, ich hatte ja auch, ähm, so auch in meiner Jugend ja auch viel Kontakt mit Leuten, die auf der Realschule waren. Deswegen denke ich, habe ich da schon, ähm, ein gewisses Feeling dafür, was der Unterschied ist und auch, ähm, was für euch jetzt vielleicht einfach, äh, wichtig ist. Die allererste wichtige Sache, meiner Meinung nach, ist, ähm, eine Balance daraus zu finden. Nicht zu sehr in dieses, boah, im Gymnasium ist alles so viel schwierig und ist ja sowieso Oberstufe und dann kommt das Abitur und das ist das Allerkrasseste. Nicht zu sehr diesen Gedanken zu haben und gleichzeitig sich aber schon auch bewusst zu sein, dass es wahrscheinlich einfach nochmal ein Level höher ist. Aber ein Level höher ist nicht schlimm, ja, ich glaube, das ist, ähm, eine Sache, die sehr wenige schaffen. Entweder gehen Leute immer super einfach an Dinge ran, ja, und sagen so, naja, wird schon, easy, check ich mal ab und dann sind sie irgendwie zwei Monate in der Oberstufe und dann wieder, keine Ahnung, raus zur Schule, zurück an der Realschule, was auch immer. Ähm, oder sie machen sich halt super Panik, vielleicht auch von den Eltern aus oder vielleicht auch das, was die Lehrer an der Realschule einem über das Gymnasium gesagt haben, ähm, dass man sich denkt, boah, es wird so schwer und keiner glaubt an mich, dass ich das schaffe. Und so weiter. Und meiner Meinung nach sind einfach beide extreme Schwachsinn, ja. Natürlich gibt es einen Unterschied zwischen Gymnasium und Realschule. Es gibt einen Grund, warum manche Schüler nach der Grundschule auf die Realschule und manche auf das Gymnasium geschickt werden, ja. Aber auch das, und da will ich auch nochmal kurz drauf eingehen, auch diese Entscheidung, die da in der vierten Klasse getroffen wird, das hat nichts grundsätzlich mit dir zu tun, ja. Ich meine, in der Grundschule hängen die Noten von so vielen anderen Faktoren auch ab, wie wohl du dich gefühlt hast und so weiter. Ähm, deswegen hab nicht das Gefühl, wenn du ursprünglich auf die Realschule eingeteilt worden bist, dass du Realschüler wärst, weißt du, du musst dich nicht so krass damit identifizieren, als hättest du keine Berechtigung am Gymnasium. Ähm, ich würde glaube ich sogar, wenn ihr die Wahl habt, dass vielleicht sogar nicht mal irgendjemandem erzählen am Gymnasium, dass die ursprünglich von der Realschule kommt. Und ich denke, die meisten würden das nicht interessieren. Aber einfach nur, dass du für dich selbst nicht diese, ähm, Identität aufbaust von, oh, ich glaube, eigentlich gehöre ich hier nicht hin. Oder es ist eine Stufe höher, als ich eigentlich sein sollte. Weil das ist vollkommener Schwachsinn. Wenn du dich dazu entscheidest, aufs Gymnasium zu gehen, dann bist du bereit fürs Gymnasium. Es gibt, es gibt ja nichts anderes, so. Ähm, und das ist super, super wichtig, dass ihr das erstmal, ähm, raus habt. Und dann eben auch einfach einen gewissen Respekt vor dem Gymnasium haben, einen gewissen Respekt vor der Oberstufe, ähm, weil auch für diejenigen, die ihr ganzes Schulleben am Gymnasium waren, auch für die ist ja die Oberstufe kein, kein Spaziergang, so. Und, äh, das ist eine Riesensache, auch für diejenigen. Ähm, deswegen würde ich mich da einfach angleichen in so ein, okay, das wird halt jetzt echt anspruchsvoll, aber es ist definitiv machbar. Das ist, glaube ich, die beste, äh, Kombination vom Mindset her, wie ihr da irgendwie auch auf, äh, die Oberstufe zugehen könnt. Dann, ähm, ist natürlich, ich weiß nicht genau, wie das an der Realschule ist, aber damit habt ihr euch bestimmt auch schon vertraut gemacht, ähm, gibt es natürlich an den meisten Schulen Kurse, ja, das heißt, ihr habt irgendwie, ähm, nicht mehr diese einheitlichen Klassenverbunde. Und ihr habt einfach, ähm, immer wieder wechselnde Lehrer, wechselnde Klassenkameraden. Und es ist, glaube ich, einfach eine wesentlich höhere Eigenverantwortung. Ich denke, es ist definitiv von Realschule zu Gymnasium ein großer Unterschied und genauso natürlich auch von der Mittelstufe zu Oberstufe. Ihr habt einfach eine hohe Eigenverantwortung. Die Lehrer werden nicht mehr, äh, irgendwie anfangen, euch hinterherzurennen mit Hausaufgaben. Die meisten werden die nicht mal mehr kontrollieren, ähm, und so weiter. Das heißt, du musst wirklich einfach, ähm, selber up to date sein. Du musst selbst planen, du musst selbst deine Hausaufgaben dir einteilen und all solche Themen. Ähm, und das ist auch eine Sache, fangt damit bitte gleich einfach am Anfang an. Weil wenn ihr das, wenn ihr das irgendwie mittendrin dann macht, dann hast du wieder hunderttausendlose Blätter und das spreche ich jetzt sehr gut aus eigener Erfahrung. Das macht einfach keinen Spaß, ja, deswegen habt gleich einfach, ähm, ne, wie soll ich sagen, eine, ähm, klare Struktur, von der ihr wisst, dass sie funktionieren wird. Ja, da habe ich auch ein paar Videos getreten, ich gebe einfach mal Leo Eckele Organisation oder so ein, dann findet ihr da auch einiges. Ähm, dann ein weiterer Punkt, äh, da können wir auch gerne, das würde mich übrigens auch sehr stark interessieren, wie gesagt, ich habe, ich war selbst nie an der Realschule, deswegen für alle diejenigen, die schon mal an der Realschule waren, schreibt mir gerne einfach mal in, ähm, in die Kommentare, was war eurer Wahrnehmung nach der größte Unterschied zwischen Realschule oder Gymnasium oder was ist vielleicht auch, was ich jetzt gerade sage, über die Realschule trifft vielleicht gar nicht zu. Ja, weiß ich, deswegen schreibt mir das gerne in die Kommentare, auch dass diejenigen, die das Video jetzt anschauen, ähm, um zu diesem Thema Informationen zu bekommen, nicht nur Informationen bekommen, die ich jetzt mitgeben kann, sondern auch von euch, äh, aus der Community, das finde ich sowieso immer voll wichtig, dass, ähm, nicht nur das Video selbst eine Informationsplattform ist, sondern auch die Kommentare, deswegen, ähm, schreibt da gerne alles, was ihr dazu denjenigen, die vielleicht auf so ein Video klicken würden, mitteilen könnt. Was, denke ich, aber auf jeden Fall noch ein Unterschied zwischen Realschule und Oberstufe ist, ist vielleicht einfach auch der Grad des Denkens, ja, ich denke, in der, im Gymnasium ist es einfach nochmal wesentlich akademischer, ähm, man muss vielleicht nochmal wesentlich mehr auf Fachbegriffe achten, ähm, alles wirklich nochmal ein Ticken ordentlicher machen, ähm, wissenschaftliche Arbeiten, all solche Themen, ähm, gibt es ja auch davor in der Mittelstufe nicht wirklich am Gymnasium, das ist, glaube ich, nochmal ein großer Unterschied, einfach so eine gewisse Form von Gehobenheit, ja, ich meine, wenn ich jetzt rückblicke, sehe ich es nicht mal so gehoben an, aber es ist schon einfach, man vielleicht auch sieht es und all solche Themen, es ist einfach die Vorbereitung auf Studium, ich glaube, das ist das, was man sich auch bewusst machen sollte, die Oberstufe ist so designt, dass du danach möglichst gut ins Studium übergehen kannst, deswegen gibt es zum Beispiel in Bayern auch die Seminararbeit und so weiter, weil die dann auf Hausarbeiten, Bachelorarbeiten und so weiter vorbereiten soll, und Ziel der Realschule ist es ja eigentlich mehr für eine Ausbildung vorzubereiten und dementsprechend hast du in der Realschule, glaube ich, zum Beispiel auch viel mehr praktische Teile, ähm, als jetzt am Gymnasium, ja, das heißt, es ist am Gymnasium einfach viel wissenschaftlicher und theoretischer auch, das heißt, man muss auch nochmal eine zusätzliche, auch vom Denken her nochmal eine Stufe höher gehen, weil du kommst vielleicht an eine Realschule mit relativ simplen und logischen Dingen schon relativ weit, einfach weil vielleicht auch für eine, für eine Ausbildung mehr praktische Sachen gebraucht werden, anstatt irgendwie groß über hochkomplexe, äh, Fragen nachzudenken und das nimmt halt an der Oberstufe zu, weil es dann natürlich im Studium nur noch schlimmer wird, ähm, deswegen darauf sollte man sich auch einstellen, dass es halt da einfach eine, einen gewissen Unterschied gibt, ähm, aber wie gesagt, ich kann es nur immer wieder wiederholen, das ist jetzt auch der abschließende Tipp hier noch dazu, du wirst dich sowieso dran gewöhnen, so, entweder du wirst halt gleich rausfliegen, weil du sagst, du packst einfach nicht, was ich aber jetzt erstmal nicht glaube, aber wenn du das mal, wenn du da mal ein, zwei, drei Monate im Gymnasium bist, wird sich das halt voll normal für dich anfühlen, du brauchst vielleicht eine Eingewöhnungszeit und das ist auch in Ordnung und dir werden dir vielleicht auch die Lehrer zusprechen und die solltest vor allem auch du dir selbst zusprechen, ja, hab jetzt auch nicht das Gefühl, oh, ich schaue da ein paar Videos vom Leo und dann checke ich das alles gleich so, nee, es ist halt ein bisschen anderes Klima, ein bisschen anderes Niveau, aber daran kannst du ja wunderbar anknüpfen und hab auch nicht Angst irgendwie, dass, weil die anderen da vor dem Gymnasium waren, äh, oder wie auch immer, du vielleicht noch nicht mal die besten Noten an der Realschule hattest, dass du irgendwie diesen, wie soll ich sagen, diesen Anknüpfungspunkt nicht schaffen würdest. Auch das klappt, du musst dir halt nur ein bisschen Zeit geben, ja, deswegen, wenn du da auch Hilfe möchtest, komm gerne bei uns, äh, ins Traumabitur-Coaching, wie ihr wisst, funktioniert nur über Bewerbung, weil wir kommen ansonsten einfach nicht mit den ganzen, äh, Anfragen hinterher, deswegen bitte, wenn du sagst, okay, ich will da Unterstützung in Bezug auf die Oberschule von das Abitur, ähm, dann sehr sehr gerne einfach auf den ersten Link in der YouTube-Beschreibung gehen, Formular ausfüllen, Video anschauen, ähm, und dann werde ich oder mein Team sich bei euch melden, ähm, und dann werden wir schauen, wie wir euch da weiterhelfen können. In diesem Sinne denkt dran, ich glaub an dich, wir bald hören uns im nächsten Video, dein Leo. Outro